Ich blicke auf diese Zeit und auf die gemeinsame Arbeit mit Ihnen mit überwiegender Zufriedenheit und mit sehr großer Dankbarkeit zurück. Und werde mich erst ab Oktober Ruheständler nennen. Beige Trekkinghosen, Funktionsjacken und Mephisto-Schuhe tragen und mich brav in die Silver Generation einreiten. Das meiste auf meinem hiesigen beruflichen Weg habe ich meinem Vorgänger und Pionier der Rotburger Neurochologie, Prof. Dr. Herbert Kollender, zu verdanken. Ansonsten bleibt mir nur noch meinen großen Dank ausgesprechen und ich freue mich, dass ihr uns noch etwas erhalten bleibt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020